D'Anton hatte Recht! Lasst alles liegen! Geht ihr auf Reisen? François Henriot, der Robbiner, ein politischer Kammerjäger. Die Girondisten verurteilen das Blutbad, das Robespierre in Paris angerichtet hat. Die Girondisten glauben, dass dieses Gremium keine Todesurteile aussprechen sollte. Robespierre war kein Freund anderer Meinung. Er erließ ein Haftbefehl gegen sämtliche Girondisten. Mein alter Freund, du bist verrückt! Du kannst diesen Schlechter nicht auf Abgeordnete der Versammlung hetschen! Steh auf! Georges D'Anton riskierte viel, indem er Robespierre angriff. Meine Brüder in der Versammlung werden sich gegen dich wenden. Das wird dir ins Schwerfallen ohne Köpfe. Los, ergreif die anderen Verräter! Die Girondisten müssen zur Flucht bereit sein. Warnt so viele ihr könnt, dass Henriot auf dem Weg ist. Die Girondisten müssen zur Flucht. 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 Ihr seid der seltsamste Kurier, den ich je sah. Was ist das? Robespierre geht's so weit. Ich verschwinde so schnell ich karte. Konzentrat! Verdammt, was ist mit dir passiert? Kenne ich dich, Bremse. Moment. Ich werde für Ruhe und Ordnung sorgen. Himmel, bewegt euch! Ihr gehört nicht zu dem Wachstum. So weit, auf eure Zeichen. Halt, bleib stehen! 好不好? Pfff! Koala! Pfff! 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 Pfff, pfff! Was? Was wollt ihr hier? Ich kann es kaum glauben. Geht, ich erwarte euer Zeichen. Geht, ich erwarte es. 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 Ich erwarte es. Geht, 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 ich erwarte es. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Ich gebe nicht auf, du Hurensohn! Diese Holzhaufen lassen sich sicher anzünden. Und nichts erregt so viel Aufmerksamkeit wie ein Feuer. Bürger! Bleib stehen! Händen Sie Böster raus! Ich hau dich tot, bevor du es merkst! Erbe sie los! Händen Sie Böster raus! 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 Oh! Sehr gut. Die Girondisten werden beim Arsenal warten. Trefft sie dort und dann führt sie aus der Stadt. Händen Sie Böster raus! Sie wollen dir gerne... Händen Sie Blumen! Sie wollen ihn nur Blumen sehen! Händen Sie Böster raus! Also wie soll ich dich töten? Langsam wird's auf jeden Fall. Hab dich! Geht hier weiter, ja? Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Die Girondisten haben sich in der Kanalisation unter dem Gebäude versteckt. Vermutlich brauchen sie Hilfe. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Die Marotten austreiben! Geht! Zeit! Sich mehr Gerechtigkeit zu. Verdammte Scheiße! Das war's für heute. Seh dich! Seh dich wieder! Greif mir! Es ist... Ich dachte, wir entkommen. Danke. Ihr habt unseren Dank. Bitte, dank Danton für seine Hilfe. Danke für eure Güte. Wir sind... Sieht aus, als wäre die Luft rein. Dann sind sie jetzt in Sicherheit. Gute Arbeit.